Musik Komm doch mal jetzt mit uns! Braucht ihr das jetzt oder gleich? Musik Pfand ruhig schon mal an! Kannst du die Riegel bitte nicht so knicken? Oh, was auch, dass die Dose nicht kippt! Das ist meine Flasche, die platzt doch gleich! Ich brauche mein Hähnchen! Meine WC hat mir auch erst gekocht! Du musst mal essen, der hat mir nur Reis gekocht! Das ist ein bisschen verarscht! Lass du erst mal spielen jetzt! Digga, du kriegst von mir auf jeden Fall kein Hähnchen! Vito! Fabian! Daniel! Digga, jetzt lass uns mal langsam das Gesicht erhöhen, oder? Nach vier, fünf Wiederholungen ist es zu leicht! Nehmen wir mal den Ball! Und jetzt? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Okay Jungs! 90 Sekunden! Maximale Belastung! Guck mal! Guck mal! Alles klar! 2 Minuten Regeneration! Dann der nächste Satz! 1. 2 Minuten Regeneration! 2 Minuten Regeneration! 2 Minuten Regeneration! Achtung, Marcel, wir spielen doch so viel auf, soll nicht sein, oder? Jungs, Regeneration. Ich dachte, wir spielen jetzt nicht mit dem Basketball. Ja, wir spielen doch mal, wir sind unten dabei. Schön, und vergiss die Schultern nicht. Können wir spielen, Jungs? Bitte. Komm, komm, weg, mit der rechten Hand. Komm, komm, weg, mit der rechten Hand. Jawohl. Steig, steig, komm. Komm, weg, weg. Komm, weg, weg. Steig, steig. Jawohl. Komm, weg, weg. Steig. Steig. Wer ist der Freie Block? Ja, Freie! Geil! Da rein! Geil! Ja! 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 Cut! Rito darf jetzt gleich den Wofi aufs Brett nachmachen. Yo! Ich geb dir den Wofi, wenn du einfacher machst. Das ist Mike, Alter! Wie groß bist du noch mal? Nummer eins? Waren wir schon bis 17, aber egal. Für mich! Der ist drin. Ja! Mein Auge, siehst du?